Waping Banana Jacks und Windbeater. Wovon Wind ist das einzige, das du gerade beatest. Kappa. Ähm. Was? This is a one-way action. You cannot turn the resulting items back into the original item. Ah. Verdammten Säcke. Naja, was soll's. Also, dismantle. Ich dachte schon, es kommt keine Bestätigung. Arek plus 20. See you later, Big Dog. See you later, Big Dog. Ähm. Genau. Dann machen wir quasi... Äh, warte mal. Jetzt muss ich nochmal kurz rechnen. Okay, boom. 1.800. Und das tut am meisten weh. Demol plus 20. See you later, Big Dog. Rest in peace. Ah. Damn. Einfach meinen ganzen Schmuck zerstört. Okay. Und Ring. Schon das richtige Set, ne? Das ist Müll. Das ist Müll. What the fuck ist das eigentlich? Was ist das für ein dämlicher Set-Effekt? Holy shit, ist der scheiße. Okay. Also, Champions Ring plus 4. Yes. Ich hoffe, da kommt nochmal eine Bestätigung. Wie viele Pieces? Oh mein Gott. Äh. 2. Damn. Also, ich bin im richtigen Gefällt, ne? Holy shit, wenn das ein Fehler hat. Alter, das wäre richtig crazy. 2. Uff. Okay. Necklace plus 0. Champions. Okay. Und O-Ringe haben wir gesagt. Plus 2 und plus 3. Okay. Oh mein Gott, Alter. Jetzt kam kein Bestätigungsfeld mehr. Alter, sind die wahnsinnig? What the fuck? Da kommt keine Bestätigung mehr, wenn du nicht genug Staub hast für zwei Sachen. Holy shit. Damn. Ich kann mir sogar noch ein Ding holen. Ein Ding kann ich mir sogar noch holen. Also, ich habe jetzt keinen Staub mehr. Aber von den Fragmenten her kann ich mir sogar noch was holen. Werde ich wahrscheinlich, naja, mal schauen. Jetzt macht der Dexplay auch mal etwas Damage. Gebt dir gleich Damage. Kleiner Mann. Das ist actually sogar ein heftiges Upgrade bei der Necklace. Hat die nicht 1000 HP? Alter, das ist sogar ein sauheftiges HP Upgrade. Weil ich habe bis heute immer noch Puran-Necklace getragen. Damn. Na gut, wir können jetzt kein Feuer nachher mehr machen, weil ich den Schmuck ja gerade zerstört habe. Das hätte man vorher machen müssen. Aber damn. Damn Daniel. 480, 490. Demol plus 20 hat ich glaube ich 395 gehabt. Der plus 19 hat demol 359 sogar nur. Also ich hatte im Endeffekt bis vorgestern hatte ich demol plus 19. 359 zweimal. Und jetzt habe ich 490, 480. Und gut, O-Ringe hatte ich A-Rex plus 17, also 60 Dex im Endeffekt. Das sind jetzt 110 STR und 12 Crit Damage. Und HP sind es 1100. Damn. Was soll ich jetzt mal noch als Favorit markieren? Klassischer Anfängerfehler. Achso, wobei ich trades die ganze Zeit hin und her. Oh manch. Muss einfach aufpassen. Crit Rate 85%. Oh, ich habe 100% Crit Rate ohne Power Ups. Nice. Crit Rate Pet 99% und gebufft sind es über 100 dann schon. Das heißt, ich müsste eigentlich mein Crit Rate Pet loswerden. RIP. Okay.